Neue Idee! Im heutigen Video haben wir das neue Smash-Spiel in Roblox ausgetestet. Das Ganze ist ein ähnliches Spiel wie Super Smash Bros. Und naja, Super Smash Bros ist super cool! Und das haben wir heute das erste Mal in Roblox gespielt. Wir haben verschiedene Charakter ausgetestet. Wir haben uns mit der ganzen Lamy-Army geprügelt. Und ja, ich habe auch ziemlich auf die Nase bekommen. Aber ich habe natürlich auch verteilt. Aber ob es gereicht hat, die ganze Lamy-Army zu besiegen? Keine Ahnung. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Zui! Und damit kann das Abteuer beginnen, Zui! Ey, Leute, ich bin so gespannt auf dieses Spiel hier. Ich habe davon nämlich ein Video auf YouTube gesehen. Und dieses Spiel sah einfach so cool aus. Ich habe es jetzt schon eine Minute ausgetestet, aber noch ohne Gegner. Aber jetzt haben wir hier die ganze Lamy-Army. Also ja, Leute, wir können hier, glaube ich, noch irgendwo unsere Fähigkeiten ausrüsten. Oha! Ninja. Mhm. Ritter. Burgenschütze. Boxer. Ich will den Boxer haben! Der kostet 2700. Okay, Leute. Wir kaufen uns jetzt einfach mal hier für Robux. Ein bisschen Bargeld in dem Spiel. Und dann kaufen wir uns einfach mal hier diesen Boxer. Und oha! Jetzt haben wir andere Fähigkeiten als die ganzen anderen Spieler. Wir können hier doppelspringen. Wir können ausweichen. Oh, wir haben super coole Attacken. Oh mein Gott. Okay, komm her! Das funktioniert so. Wir haben über uns eine Prozentzahl. Ey! Und ihr seht da vorne, da hat schon jemand 100%. Das heißt, er hat nur noch sehr, sehr wenig Leben. Also umso mehr Prozent man hat, desto schwächer ist man. Oh nein, du willst boxen? Oha! Okay, dann komm her! Komm her! So, du willst auch noch... Oha! Eieiei, wir haben hier noch OP-Attacken. Unten sehen wir 1, 2, 3 und 4. Ja, ich nutze mal hier dieser Attack-Root. Oha! Hä? Ich bin ja komplett rasiert. Naja. Ich habe das Gefühl, alle gehen gerade nur auf mich, ey. So, wir gehen mal hier nach oben. Wir sichern uns einen sicheren Platz. Und sollte jetzt jemand nach oben kommen, dann boxe ich ihn aus der Welt raus. Oh nein! Da nehmen wir Schlangen! Oh oh! Oh, komm her! Nein, 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 nein! Nimm das! Oh oh! Und das! Und das! Eie! Oh oh! Nein, 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 nein! Oha! Er hat mich einfach fast aus der Map geboxt. Obwohl ich doch eigentlich der Boxer bin. Hm, vielleicht sollte ich doch beim Schwert bleiben. Naja, Leute. Ich möchte jetzt endlich mal meinen ersten Kill in diesem Spiel machen. Und wie gesagt, das ganze Spiel ist ja sowas wie Super Smash Bros. Ich weiß nicht. Hat das jemand von euch schon mal gespielt? Äh! Nein! Och man, ey! Jetzt wurde ich ausgeboxt. Aber naja, Leute. Wir haben noch ein bisschen Geld über. Das heißt, wir holen uns jetzt einfach mal hier diesen Bogenschützen. Wir werden gleich nochmal den ersten Charakter ausprobieren. Also den mit dem Schwert. Aber jetzt habe ich hier einfach einen Bogen. Oha! Hä? Was machen die denn hier? Äh! Nicht teamen! Ja, das ist verboten! Okay, Leute. Da ist jemand mit 136%. Das heißt, wenn wir den einmal irgendwie gut treffen, dann sollte der, ähm, tot sein? Warte mal. Der ist schon tot. Nein! Ey! Was machst du denn jetzt von mir? Oh, da hat jemand auch schon ein rotes Leben. Oh oh! Oh, da auch noch. Haha! Komm her! Oha! Das war ein Treffer, Leute! Aber lebt die Person noch? Hallo? Wo bist du? Aha! Da vorne. So. Ah, okay. 130%. Du gehörst mir! Du gehörst mir! Bleib stehen! So, Leute. Und... Ehh! Nimm das! Oh oh oh! Aua! Ja, ich will die unbedingt rausschmeißen und... Ja! Komm schon! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Komm schon! Oh! Hä? Wie habe ich das überlebt? Und ich habe noch jemanden gekillt? Okay, perfekt, Leute. Das Ganze macht super viel Spaß, Mann. Aber ich muss hier mal mehr in die Mitte gehen und... Nimm das und das und Zui! Oh, aua. Aua. Ehh! Jetzt bist du dran. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oha, oha. Okay, 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 Leute. Den... Den bekommen wir. Den bekommen wir. Das ist unser Feind. Und nimm den... Aua! Ehh! Das kann nicht wahr sein. Och Mann, ey. Warte mal. Ich habe ihn eliminiert. Habt ihr gesehen? Ich hatte ihn auch getötet. Tja, was willst du jetzt sagen? Leute, um ehrlich zu sein, fände ich den Bogen schützen eigentlich richtig OP, Mann. So, wir können auch so einen Doppelsprung machen und dann nach unten. Oha. Okay, wir kämpfen einfach mal hier mit dem kleinen Mädchen. Komm her! Oh, oh. Oder doch gegen die ganze Lami-Army. Ja, okay. Kommt alle her, Mann. Kein Problem. Oh, oh. Doch. Doch ein kleines Problem. Ehh, ehh, ehh. Das werden mir hier viel zu viele. Hört auf an, nur auf mich zu gehen, Mann. Ehh! Hört auf, jetzt her zu rennen. Oh, da ist jemand blau. So, Leute. Den schnappen wir uns. Oh, oder auch nicht. So, aber jetzt. Komm schon. Ehh! Warum werde ich wieder verprügelt? Okay, wir gehen am besten auf die Leute, die wirklich super wenig Leben haben. Also, alle, die so rote Zahlen haben. So, ich würde sagen, wir gehen... Aha. Auf ihn. Auf ihn. Du gehörst mir. Nimm das. Oh, oh, Mann, ey. So, zack, zack. Komm schon. Aua. Du gehörst sowas von mir. Und du auch. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, jetzt auch wenig Leben. Komm schon. Oha, was ist das für eine Attacke? Oh, nein. Oh, mein Gott. Du gehörst mir. Hä? Ich habe sie eliminiert? Oha. Okay, Leute. Die Attacke ist schon mal gut. Oh, oh. Und nein. Nein. Nimm. Oh. Nein. Hä? Ich habe noch jemanden eliminiert? Wie das denn und wann? Also, manchmal töte ich aus Versehen irgendwelche. Aber dich töte ich nicht aus Versehen. Wow. So. Komm her, Emi. Komm her. Hä? Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir haben es geschafft. Nein, Emi. Ich, ich fasse es nicht. Nein. Nein. Bitte. Ich will da rum. Bitte, bitte. Nein. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal, ja, den Ninja. Den hat jeder am Anfang. Okay, und hier haben wir, ich glaube, zwei Schwerter, oder? Ah, nee, nur ein Katana. Aber, warte mal. Die hat den, die hat die Ritterausrüstung. Oha. Okay, mal schauen, was du als Ritter drauf hast. Hallo? Oh, na gut. Wir sehen uns, Lea. Ja, oha. Wo kommst du denn hier, hä? Der will mich aus dem Hinterhalt, Hinterhalt, einfach. Nein. Ach, Mann, er hat es geschafft. Eee. Der Ninja ist doch nicht so gut, aber komm schon. Oh, oh. Vielleicht bin ich einfach nicht so gut. Komm schon, nimm das. Oha. Oha. Ich habe ihn richtig weit weggeschlagen. Ich habe ihn getötet. So, in die Mitte werfe ich einfach mal eine Bombe rein. Ich hoffe mal. Eee. Ich bekomme niemanden. Ja, perfekt. Oh, zack. Ey, ich komme mir gar nicht mal zum Schlagen. Nimm das. So. Ey, nee. 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 Okay, ich bleibe hier oben. So, ich brauche ein paar Kämpfe, wo nicht die halbe Mannschaft auf mich drauf geht. Aber, oh, das ist gar nicht mal so einfach, weil alle verfolgen mich die ganze Zeit. Ey, lass mich mal in Ruhe hier. Ihr habt alle noch alle. Viel zu viel Leben. Ich muss weg hier. Ah. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich glaube. Wow. Was geht denn hier ab? Hey. Hier ist Platz für ein Eins gegen Eins. Okay, Nanami. Komm her. Oh. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh nein. Oh nein. Es kommen immer mehr Leute hier rein. Eee. Was passiert hier? Ich sehe gar nichts mehr. Oh. Aua. Aua. Aber, Leute. Das Gute ist. Ähm. Die können hier nicht rausgeschlagen werden. Oder doch? Nein. Eee. Naja. Ich glaube, der Ninja ist doch nicht so mein Charakter. Wir nehmen nochmal den Boxer. Und wenn es mit dem Boxer nicht klappt, dann ist, glaube ich, der Bogenschütze mein Favorit. Also, wir haben einmal diese Attacke. Dann einmal diese hier. Dann zack, zack, zack. Und Zählerpunch. Oh. Okay, okay, okay. Ich muss erstmal hier jeden Charakter analysieren. So. Den Box. Ich habe erstmal um. Ah. Ey. So. Okay. Ah, Leute. Ich habe auch vergessen. Man kann auch ausweichen. So. Aber den. Nein, nein, nein. Komm schon. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lebe. Ich lebe. Ja. Ich lebe. Das ist so cool. Oh. Nimm. Oh Gott. Zählenpunch. Oh. Oh Mann. Ey. Ich komme hier gar nicht zu Schlag. Aber vielleicht hier unten. So. Und. Aua. Jetzt aber. Nimm das. Oh. Das war gut. Das war gut. Den verprügel ich jetzt. In einem hellblauen Lami-Merch. Du gehst mir. So. Und. Komm schon. Den bekomme ich jetzt. Keine Frage, Leute. Oh. Okay. Wie war ich denn aus? Zack. Komm schon. Ja. Oh mein Gott. Ich kämpfe gerade. Zwei gegen eins. Den einen habe ich. Und den hole ich jetzt auch noch. Komm schon. Und. Ah. Komm schon. Du gehst mir. Ja. Flieg. Flieg. Oh. Oh. Na ja. Ihn habe ich auch noch bekommen. Sehr gut. Hm. Der Boxer ist cool. Aber ich glaube. Ich finde die Bogenschützen doch besser. Und falls ihr dieses Spiel auch spielt. Leute. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps? Gibt es hier gute Characters? Das Ganze ist nämlich ein komplett neues Spiel. Und ich glaube. Das ist noch gar nicht so fertig. Aber ich glaube. Wenn dieses Spiel fertig wird. Das wird eins der coolsten Roblox-Spiele. Locker, Leute. Das wissen ich. Liebe Super Smash Bros. Das Ganze ist so ein ähnliches Spiel. Und sowas gab es noch nie. In Roblox. So. Oh. Jawohl. Den einen haben wir. Ich muss wirklich sagen. Mit dem Bogenschützen komme ich ja am besten zurecht. So. Zack. Feuerschuss. Oh. Oh. Ich habe ja mal gar nichts getroffen. Vielleicht bin ich ja doch gar nicht so gut mit dem Bogenschützen. Lass mich in Ruhe. Okay. Warte mal. Wir können auch blocken. Ei. Ei. Ich glaube. Die Lamy Army hier kennt sich auf jeden Fall viel besser aus als ich. So. Wir blocken einfach mal. So. Okay. Oh. Na toll. Na toll. Das war aber nicht so gut geblockt. Das war überhaupt nicht gut geblockt. Nein. Ich möchte echt nicht wissen, wie oft ich schon heute gestorben bin. Aber Leute. Jetzt sterbe ich nicht mehr. Aber ihr werdet alle sterben. Nimm das. Oh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Werner gehört mir. Der mit 101%. Du gehörst sowas von mir. Oh. Oh. Nimm das. Hör den abgeblockt. Nein. Nein. Du blockst hier gar nichts ab. Du kommst zu mir. Oh. 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 Oh mein Gott. Wir blocken ab. Ich muss den doch einfach nur noch wegschießen. Nein. Was ist das? Und zack. 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 Okay. Komm schon. Du gehörst sowas von mir. Oh. Ich glaube ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja. Er ist runtergefallen. Ja. So. Und jetzt wollt ihr oder was? Okay. Nimm das. Oh. Einen haben wir runtergeschossen. Aber er ist wieder nach oben gekommen. Aber wir werden auch noch nach oben kommen. So. Hä? Hier ist ein Dummi. Was willst du denn hier? Oh. 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 Oh nein. 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 Ausweichen. Nein. Nein. Aber Leute. Ich muss sagen. Ich habe eigentlich schon viele Kills gemacht. Oder? Ich glaube ich habe mehr Leute getötet. Als ich gestorben bin. Oder? Kann das sein? Also ich hoffe doch mal. Da vorne hat jemand 113%. Ey. Kleines Mädchen. Oh. Du gehörst sowas von mir. Oh. Bleib stehen. Da vorne ist sie. Nein. Sie ist runtergefallen. Oh. Ich habe sie. Jawohl. Ich finde es auch extrem cool. Dass man hier sich so an die Wände festhalten kann. Und wieder nach oben grabben kann. Also Leute. Kann ich auch so einen Doppelsprung machen. Und irgendwie so einen Bodyslam. Ich kenne mich noch nicht so ganz aus. Aber Leute. Das Spiel ist wirklich echt cool geworden. Oh. Okay. Leute. Wir werden noch nicht sterben. Aber wir werden versuchen den einen oder anderen jetzt in die Falle zu locken. Ich hoffe mal. Es laufen mir ein paar Leute hinterher. Wir gehen jetzt nämlich einfach mal hier nach ganz oben hin. So. Zack. Jetzt waren wir hier unten. Und. Äh. Jawohl. Hä. Hier kommen ja mal richtig viele. Ich dachte nur einer kommt. Da kommen einfach zehn Leute. Äh. Hier passiert so viel. Ich kann nicht mal richtig reden. So. Nimm das. Oh. 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 Hä. Der eine hat mal Kill geklaut. Na sag mal. Geht es noch oder was? So. Zack. Oh. Oh. Hä. Ich habe jemanden getötet. Keine Ahnung wie. Oh man ey. Ich habe aber auch schon 140%. Ich darf jetzt keinen Schlag abbekommen. Wenn ich einen super Schlag abbekomme. Dann war es das mit mir. Also ich gehe mal hier in die Ecke. So. Und dann warte ich auf jemanden. Ah. Komm her. Das war die geheime Lami-Falle. Und. So. Komm schon. Und ich bin Bogenschütze, Mann. Da hilft dein Schwert nichts. Nein. Oh mein Gott. Den einen habe ich. Jetzt bist du dran. Ich glaube, Leute. Ich werde gerade immer besser. Oh. So. Abblocken. Ich habe doch abgeblockt. Oh mein Gott. Nein. Nein. Okay. Ich bin tot. So. Was tut das etwa? Okay, Leute. Den knüpfen wir einfach mal hier vor. So. Oh. Hey. Bei den anderen sieht das so leicht aus, wenn die mit dem Schwert kämpfen. Aber ich kam damit einfach gar nicht klar. So. Und. Nimm das. Perfekt. Leute. Ich bin ein Top-Schütze hier. Oha. Oha. Ich kann aber auch nichts machen, wenn die ganzen Leute hier nur auf mich gehen. I. Zack. Perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen erledigt, oder? Ja. Perfekt. Einen habe ich. Und. Noch einen habe ich. Und du gehst jetzt mit. So. Perfekt. Komm schon. Ich hole dich. Du hast gar keine Chance gegen mich, Mann. Aber. Oh. Oha. Ei. 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 Ich bin schon wieder fast tot. So. Hä? Ich habe gar keine Chance mehr hier. Oh. Warte mal. Die ist sehr low. Die hole ich mir. Oh. Aber hier sind wieder so viele, Mann. Aber ich glaube, ich habe sie bekommen, oder? Ja. Ich habe sie. Tja, Lea. Oh. Wer will noch? Komm nach hier oben. Du. Oh. 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 Nein. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe niemals. Aha. Und ich. Doch. Okay, Leute. Eine Runde geht noch. Ich werde jetzt versuchen, einfach mal so viele wie möglich umzuschnetzeln, ohne zu sterben. Leute. Das Spiel macht so viel Spaß. Davon würde ich sogar gerne einen zweiten Teil machen. So. Zack. Weg mit euch beiden. Aha. Doppelkill, oder was? Oh mein Gott. Also, Leute. Ich werde hier immer mehr zu einem Profi. Hallo, Leute. Hier oben bin ich. Aha. Willst du auch mal? Okay. Komm her. Du hast zwar einen super coolen Mörd, aber keiner ist besser als ich in Smash. Okay, Leute. Zwei Kills habe ich jetzt gemacht, ohne zu sterben. Ich versuche auf jeden Fall, noch einen Kill zu machen. Oh. Der hinten fliegt. Oh. Der ist fast tot. Der ist fast tot, Leute. Der gehört jetzt sowas von mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Der Kill wurde mir, glaube ich, geklaut. Äh. Der Kill wurde mir geklaut von dir, oder was? Oder von dir, Lea Maus? Komm her. Okay, 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 Leute. Ich werde hier alles rasieren. Wir haben beide super wenig Leben. Den hole ich mir erst mal. Okay, komm schon. Hey, das sind gerade so viele. Da gehe ich jetzt mit dieser Attacke rein. Und sweet. Oh, jemanden getroffen. Perfekt. Oh, 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 oh. So. Dich. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Er ist safe. I kill. Und. Komm schon. Du gehörst mir, Lea Maus. So. Komm schon. Ja, ja, ja. Ich glaube. Ja, ich habe sie. Ich habe sie. Und. Oh, oh, oh. Du bist der nächste, Betty. Oh, oh. Wow. Okay, Leute. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen hier hinten. Da geht mir einfach zu viel ab da hinten. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Wow. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Okay, Leute. Ihr seht schon. Dieses Spiel macht einfach super viel Spaß. Und ich kann gar nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Also, ja. Wir kommen jetzt einfach mal zu der Spielebewertung. Leute, ihr hört, glaube ich, raus, dass ich super viel Spaß habe, oder? Dieses Spiel kann natürlich nur eine 10 von 10 sein und weg mit dir. Und perfekt. Ich glaube, jawohl, den haben wir. Also, Leute, ich glaube, davon muss es auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Spiel nochmal spiele. Und noch mehr Charakter ausprobiere. Dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Oh, oh. Der hat 200 Prozent. Komm schon, Leute. Den hole ich mir. Komm schon. Nein. Ey, was passiert hier? So, jetzt aber. Und weg ist er. Hä? Oder warte mal. Ah, okay, doch, ciao. Und ja, Freunde, wenn ihr bei solchen Spielen einfach mal mitspielen wollt, wie die ganzen anderen aus der Lami-Army, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen und kommt in die Discord-Gruppe, denn dann könnt ihr immer mitspielen. Ich kann mich hier auch gar nicht konzentrieren, ey. Na ja, Leute. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Checkt auf jeden Fall die Links ab und dann wisst ihr Bescheid. Und eh, ja. Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke auch, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt könnt ihr noch auf der linken und auf der rechten Seite die letzten zwei Videos abchecken. Und die sind auch super sweet geworden. Also, checkt die unbedingt ab. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Oh, Joey.